Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den Börsenthemen. Am Sonntag wurde bekannt, dass erstmalig der Prototyp des Flugzeugtaxis von Airbus gestartet ist. Dieser wurde dabei immer noch am Boden festgebunden, aber man geht davon aus, dass bis 2025 der Einsatz ohne Piloten erstmalig gelingen könnte. Stuttgart Der Autobauer Porsche hat bekannt gegeben, dass er zukünftig auch die neue Seidenstraße nutzen möchte, um seine Autos nach China zu exportieren. Es wird ihm so möglich sein, in der Woche 88 Autos nach China zu bringen. Der Transport dauert 18 Tage. Hugo Boss Schwächelndes US-Geschäft, Umbaukosten und Währungseffekte haben den Staat Hugo Boss gänzlich vermiest. Dennoch sei man weiterhin optimistisch für das laufende Geschäftsjahr, trotz des Gewinneinbruchs. Chicago Wie bekannt geworden, wusste Boeing, dass es seit Mai 2017 Probleme mit dem Sicherheitswarnsystem im Cockpit der 737 MAX gibt. Europa Wirtschaft der Eurozone kürzt sich im April weiter ab. Die Schwächephase der Wirtschaft in Europa hat sich im April fortgesetzt. Der Index, welcher die Produktion der Privatwirtschaft Europas, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, sank von 51,6 auf 51,5 Zähler. Tesla Unternehmenschef Elon Musk kündigte an, dass Tesla bald eine Marke von 500 Milliarden US-Dollar erreichen werde, dies aber nicht am Umsatz, sondern am Börsenwert an der Börse. Tesla hat sich am Donnerstag über eine Kapitalerhöhung neues Kapital vom Kapitalmarkt besorgt, um weiterhin finanziell liquide zu sein und die Produktion weiter voranzubringen. Washington Die Ankündigung weiterer Sonderzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump hat weltweit für Aufsehen gesorgt. China reagierte kühl auf die abrupte Kehrtwende. Trump hat am Sonntag überraschend angekündigt, die bereits geltenden Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China im Wert von 200 Milliarden US-Dollar schon diesen Freitag von 10 auf 25 Prozent zu erhöhen. Brüssel Der weltweit größte Brauereikonzern, Anhäuser Busch, hat den Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert. Hauptursache war eine geringe Steuerquote und starke Markenumsätze. Dazu gab der Konzern bekannt, man prüfe derzeit einen Börsengang seiner Asiensparte. München Der Autobauer BMW verzeichnet trotz stabiler Umsätze einen Gewinneinbruch. Neue Modelle und Investitionen in die Zukunft machten den Münchnern zu schaffen. Der Umsatz sank um 0,9 und der operative Gewinn um 78 Prozent. Düsseldorf Henkel verdient im ersten Quartal operativ deutlich weniger. Grund hierfür waren zusätzliche Investitionen, mit welchen man die Digitalisierung beschleunigen will. Man hält weiterhin an den Zielen 2020 fest. Auch bestätigte man die Ziele für das Gesamtjahr 2019. Die Anleger reagierten negativ, die Henkel-Aktie gab am Dienstag um 3,44 Prozent nach. Norwegen Der norwegische Staatsfonds, der größte der Welt, vermeldete für das erste Quartal 2019 einen Rekord. In den ersten drei Monaten erwirtschaftete der Fonds eine Rendite von 9,1 Prozent. Der Fonds ist an 9.000 Unternehmen aus 73 Ländern der Welt beteiligt. Berlin Der Immobilienkonzern Vonovia erhöht die Gewinnprognose. Man erwarte, dass sich die positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2019 weiterhin fortsetzen werde. Die Aktie reagierte positiv und legte über 3 Prozent zu. München Zahlungsabwickler Wirecard prüft einen Aktienrückkauf mit dem Geld von Softbank. Softbank investiert über eine Wandelsschuldverschreibung in Wirecard. Damit hat Softbank die Möglichkeit, in fünf Jahren als Großaktionär mit voraussichtlich 5 Prozent der Anteile einzusteigen. Des Weiteren berichtet Wirecard, man spreche mit sechs bis acht Beteiligungen von Softbank, über eine mögliche Partnerschaft. San Francisco Der Fahrdienstleister Lyft hat am Dienstagabend die Kennzahlen zum abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Die ersten Börsenzahlen seit dem Börsengang sind ein Verlust von 1,1 Milliarden US-Dollar. Der Verlust ist allerdings vor allem auf die Vergütung mit Aktien im Zuge des Börsengangs in Höhe von 859 Millionen Dollar zurückzuführen. Nochmal nach München Der Technologiekonzern Siemens will sich mittelfristig von seinen Energiegeschäften trennen und sich voll und ganz auf die Digitalisierung konzentrieren. Dazu werde man die Energiesparte Gas & Power ausgliedern und bis September 2019 an die Börse bringen. Bei dem Börsengang will Siemens die Mehrheit an dem neuen Unternehmen abgeben, aber Ankeraktionär bleiben. Burbank Walt Disney knackt mit seinem neuen Avengers-Film neue Rekorde. Aktuell hat man schon 2,272 Milliarden US-Dollar eingespielt. Des Weiteren hat man die Quartalszahlen präsentiert und die Schätzungen der Analysten übertroffen. Nach der Übernahme großer Teile von 20th Century Fox kletterte der Gewinn um 85% auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Waldorf Der Softwarekonzern SAP kommt mit seinem Stellenabbau gut voran. 1.870 Mitarbeiter haben sich freiwillig für eine Abfindung oder eine Vorruhestandsregelung gemeldet. Jede Anmeldung werde nun geprüft. Man rechnet am Ende mit 1.200 abgebauten Stellen in Deutschland. Weltweit sollen 4.400 Mitarbeiter ihre Posten verlassen. Die Kosten für den Umbau werden weiterhin mit 886 Millionen Euro beziffert. Houston Wie in den letzten Börsenthemen erwähnt, gibt es eine Bieterschlacht um den Ölförderer Anna Darkow. Chevron erklärte nun, das bestehende Angebot nicht zu erhöhen. Chevron-Chef Michael Wirth erklärte, man will nicht um jeden Preis gewinnen. Stattdessen werde man das Aktienrückkaufprogramm um 25% auf 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr erhöhen. Washington Die USA haben die von Präsident Trump angekündigten Sonderzölle für Einfuhren aus China offiziell bestätigt. Ab heute werden die Zölle von 10 auf 25% angehoben. Der Warenwert wird auf 200 Milliarden US-Dollar taxiert. Die Börsenthemen melden sich wieder nächsten Freitag und jetzt wünschen wir Ihnen noch ein schönes Restwochenende und einen erfolgreichen Start in die nächste Woche. Denken Sie immer daran. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwann einen Bullenmarkt. Wir werden versuchen diesen zu finden und in diesen zu investieren. Also bleiben Sie dabei bei Modern Value Investing. Ciao.